In den letzten vier, fünf Wochen sind die Baufinanzierungszinsen wieder deutlich zurückgegangen. Wir haben einen Rückgang von ungefähr 0,4 bis 0,5 Prozentpunkten zu verzeichnen und das aktuelle Bauzinsniveau für eine zehnjährige Zinsfestschreibung liegt aktuell auch wieder signifikant unter drei Prozent. Man konnte nach ihrer Ankündigung im Juni eher von einem Zinsschritt von 0,25 Prozentpunkten ausgehen. Insofern hat die EZB mit der Höhe des Zinsschrittes etwas überrascht. Auf der anderen Seite hatte sie den Markt auch darauf vorbereitet, dass eine Zinsanhebung und mehrere Zinsschritte im zweiten Halbjahr 2022 bevorstehen werden und insofern hat der Markt auch schon mehrere Zinsschritte eingepreist, sodass die Baufinanzierungszinsen auch im ersten Halbjahr schon signifikant gestiegen sind. Der Zinsschritt jetzt im Juli durch die EZB von 0,5 Prozentpunkten hat insofern jetzt keinerlei zusätzlichen Impuls mehr auf die Baufinanzierungszinsen ausgelöst in den ersten 24 Stunden nach dem Zinsschritt und die Zinsen sind tendenziell sogar eher gefallen innerhalb dieser 24 Stunden. Fünfjährige Zinsfestschreibungen sind zwar etwas günstiger als 10, 15, 20 oder gar 25 Jahre Zinsfestschreibung. Auf der anderen Seite erhöhe ich dadurch natürlich mein Zinsänderungsrisiko mit so einer kurzen Laufzeit. Und meine klare Empfehlung für so eine konservative Anlageklasse wie eine Immobilie ist, auch beim Thema Darlehensgestaltung lieber auf der konservativen Seite, also auf der sicheren Seite zu sein und zu einem heute historisch betrachtet immer noch niedrigen Zinsniveau sich die Zinsen einfach auch sehr langfristig abzusichern und somit auch lange Zinsfestschreibungen zu wählen.